Boah, leider nicht gekocht, aber stets aus Schalke führt nur mit 2 zu 1 zu liegen. Krass ist ein FC Müller und die Fans gehen weiter in Gas. Und unsere Mannschaft ein bisschen höher ist es ein. Aber es sind noch knapp 20 Minuten noch zu spielen, also bis gleich. Auf Wiedersehen.